Hallo meine Freunde, hier ist wieder Julian Boss. Zum heutigen Thema, heute geht's um Favorite. Einer der besten Rapper, man. Aber jetzt ist leider seine Drogen so selbst gefickt, man. Mein Favorite, was ist los mit dir, man? Junge, lass dich scheiß Drogen sein. Und verzieh dich von 31ern. Dein ganzer Umfeld sind 31er. Merkst du nicht? Ich hab das Interview gesehen, mit 45 Raggits. Wo der eine erzählt, dass er dir ständig Klamotten und Lebensmittel gegeben hat. Und dass du die ganze Zeit Wodka gesoffen hast und Kokain gezogen hast. Junge, du musst klarkommen. Mach an Nacho 2 oder so, man. Hast du verstanden? Mach wieder freshe Mucke, man. Und lass die Drogen scheiße sein, Favorite, man. Du warst so krass, man. Und Kollegah, man. Und dann wieder ein Boss. Wir hätten ein Kollabo-Album machen können. Wir hätten richtig Geld machen können. Und jetzt machst du den hier, oder was, Junge? Faith, man. Ich hatte so Potenzial in dir gesehen, Junge. Und jetzt bist du volles Drogenopfer, Alter. Das pisst mich voll an, man. Werd mal clean, Junge. Und mit diesem Fetzi und diesem anderen Honk. Weg mit denen, man. Du hast Besseres verdient. Meld dich bei mir, Junge. Wir nehmen auf. Dein Album, Julian Boston, Favorite, mein Freund. Wir machen ein super Album. Verstehst du? Wir kriegen das hin, Faith. Was hast du dazu? Kommt zu Julian Boss. Und dann holen wir noch den Kollegen dazu. Wir machen ein super Album. Dann nennen wir die drei Bosse. Verstehst du, Faith? Wir schaffen das, mein Freund. Liked und abonniert Julian Boss, meine Freunde. Und schreibt Favorites. Dass Julian Boss mit ihm ein Album machen möchte. Und ein Kollege dazu, meine Freunde. Also, abonnieren und liken nicht vergessen. Julian Boss. Wenn wir mit ihm aufh 뉴스ieren können. ins Man. Nach просечenden. ach mitrotchao. Und dann auf qualcosa. Das ist eine Jakeaher- und da das ist gew민ig, ט.